Was geht ab Leute? Euer Frapsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video spielen wir auf jeden Fall einen richtig heftigen Parcours und zwar zusammen mit Gurkensoldern. Es ist ein Duo-Parcours, es wird auf jeden Fall richtig abgehen. Gurken kann hier ganz kurz und knackig mal einfach Hallo sagen. Hallo. Okay Bruder, das war dezent zu sehr in meinem Ohr drin. Und hör mal auf deine Karate Kid Moves hier zu machen, was denkst du wie du bist. Auf jeden Fall Freunde spielen wir heute hier ein Duo-Parcours und das Ziel ist einfach sich gegenseitig zu helfen und am Ende des Tages gewinnt ihr. So, ich würde sagen, Digga, lass kurz starten. Player 2, Player 1. Ich bin Player 1. You and your teammates have to help each other to complete a death run on your separated level with a puzzle piece coin. Ach, halt's Maul. Okay. Bist du ready? Jo. Let's go, Bruder. Let's go. Okay, wir sind bei 1. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh nein. Ähm, was musst du... Ich hab Impulsgranaten. Bro! Bro, ich will nicht sterben. Okay. Musst du aber. Du musst hier hin, okay? Wo? Wo? Zeig mal. Hier. Ja, okay. Okay. Sag, wenn ich werfen soll. Jetzt. Hey, 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 hey. Es war, es war nicht schlecht, Bruder. Es war nicht schlecht, okay? Oh. Ah, die war wack. Sorry. Okay, die war richtig... Mit Herz war die wack. Oh shit. Okay. Jawohl. Oh, hier ist eine Münze, die brennt. What the fuck? Guck. Ja, was? Is ready? Wirf direkt hier vor mich. Das war so wack, das war so wack, das war so wack. Es war so wack! Hey, lass mich. Es war richtig wack, Bro. Okay. So, let's go. Okay, Bro, nice. Jawohl, easy. Du musst ihn töten. Du musst ihn jetzt töten. Du musst ihn nochmal töten. Tot. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Jetzt. Ist er tot? Oh, Bro. Ist er tot? Ja. Warte mal, ich glaube, ich muss zu dir kommen, ne? Nein, nein, nein. Okay, Bro. Jetzt musst du hier durch auch. Wait. Oha, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, du musst jetzt weiter. Äh, aber du musst nicht zu... Ah, warte, ich habe eine Impulsgranate, Bro. Töt ihn nochmal, ich muss dir helfen. Ja, Moment. Uff. Komm. Ja, töt ihn. Ja, komm. Okay, let's go. So. Liff genau hinter mich. Hallo, Motherfucker. Bro. Bro. Hast du es wenigstens geschafft? Hast du es wenigstens geschafft? Es gibt kein Checkpoint. Random. Okay, Nummer 3. Ich habe ein Puzzle-Teil. Oh nein. Bro, was geht denn da, man? Puzzle heißt, dass es Puzzle ist. Ich muss dich fragen, was bei dir für Zahlen stehen. Oh mein. Du was? Los. Ja. Warte, hast du grüne und rote? Hä? Hast du grüne und rote? Ich muss dich nach den Zahlen fragen, steht hier. Ich habe hier nur eine Impulsgranate, Bro. Aber, ah, okay, okay, okay. Äh, ja, dann frag mal. Ja. Wie, was soll ich fragen? Ja, nach den Zahlen. Ja, sag mir deine Zahlen. Warte mal. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber, ah. Bei mir sind drei grünen und sechs sind rot. Ich glaube, ich muss mich hier so hinstellen, dass hier irgendwas, so eine Konstellation dabei rauskommt. Also guck mal, ich habe drei grüne und sechs rote, okay? Die grünen sind sieben, neun und zwei. Habe ich hier eine Erklärung? Aber bei mir steht nur, ich soll dich nach den Nummern fragen. Ach, weil du da durch musst, oder was? Welche Nummern stehen bei dir? Sag mal. Alle? Von eins bis neun? Sieben, neun und zwei. Und was ist es jetzt da? Ach so. Äh. Links unten. Nicht irgendwie besonders. Guck mal, guck mal, das ist links unten. Ja. Äh, ganz in der Mitte rechts. Und was war es nochmal? Warte, sieben, neun und zwei. Sieben ist links unten. Neun ist Mitte, Mitte. Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Ähm, warte mal. Hast du irgendwas zum Werfen oder so? Ja. Taschenfestung, drei Stück. Ja, ah. Bro, du musst die Taschenfestung richtig platzieren. Da geht dann irgendwas kaputt. Ich muss da hinten, nach hinten durchwerfen wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ja. Also sieben. Also sieben ist unten links. Ja. Dann sieben. Okay, dann neun ist Mitte, Mitte. Also Mitte, Mitte. Mitte, Mitte, ja. Wie soll man das werfen? Komm schon, du schaffst das. Das hat sich nicht richtig angehört. Und was war es nochmal? Zwei, ne? Äh, Mitte rechts. Das hat sich wirklich nicht richtig angehört. Das hat sich richtig angehört. Bro, du musst nochmal machen, weil das... Oh! Nee, ist richtig, ist richtig. Wow! Bro, what the fuck? Hau rein. Digga, 3DQ, what the fuck? Achso, ja, okay. Äh, ich dachte, ich muss die irgendwie weiterholen. Bro, das war Baba. Äh, noch ein Puzzleteil? Okay. Oh! Oh! Hm... Your teammate Coloss. Also ich kann weitergehen, Bro. Ich muss lila gehen, aber ich verstehe. Ah, Bro! Bro, wir hätten uns die merken müssen. Hm. Bro, sag mir mal die Farben. Sag mir mal die Farben. Gelb, weiß, grün, schwarz, rot. Warte, warte. Warte, gelb, weiß. Und dann? Grün, schwarz, rot. Deswegen, du musst jetzt, du musst, du musst meine merken, ich muss dir, ja. Ja, was machen wir jetzt? Komm, respawn, du musst respawn. Ich töte mich kurz. Du musst respawn. Ja, ich töte mich. Ja, respawn doch, was du tun willst. Bro, ich töte mich einfach. Sicher ist sicher. Okay, okay, okay. Also, du hast dir meine gemerkt, ja? Gelb, weiß, grün, schwarz, rot. Lila, schwarz, weiß, grün, gelb. Lila, schwarz, weiß, grün, gelb. Warte, nee, nicht laut sagen, Bro. Sonst komme ich durcheinander, okay? Gelb, weiß, grün. Ich darf auch nicht sagen. 300 IQ. Nein, ohne schreiben, Bro, ohne schreiben. Achso. Wollen wir mitmachen? Ja. Mit ist zu einfach. Ja, okay. Okay, das ohne machen. Lila, schwarz, weiß, grün. Komm. Lila, schwarz, weiß, grün. Okay, was habe ich? Du musst lila? Gelb. Also, bei mir gelb, okay. Ja. Bei dir lila? Okay. Dann schwarz, was bei mir? White. Jetzt bei dir, was bei mir? Grün. Okay. Was bei mir? Weiß. Ja. Ich bin bei schwarz. Bei dir ist grün. Ich bin bei schwarz. Bei dir ist grün. Ja, der ist grün. Was bei mir jetzt ist roto, was ist jetzt? Ja, warte mir. Held, Held, Held. Held, Held, Held. Jawohl. Jawohl. 10 Münzen. Ich habe so anfangs gar nicht schlecht. Ich habe so anfangs gar nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Fünf. Digga, das ist voll geil, Alter. Nicht so. Wow. Was muss ich hier machen? Bro, ah, du musst wieder sowas kaputt machen, glaube ich. Tschüss. Oh, ich habe Check-Offs genommen. Oh Mann. Check. Du musst hier wieder was kaputt machen. Nein, muss ich nicht. Ja, wie holst du mich dann rüber? Ich habe was Spezielles für dich. Du musst springen. Digga, kannst du nicht einfach sagen? Nee. So, Bro. Überraschungseffekt, ey. Ja, aber du musst dann halt springen, um hochzukommen. Ja, dann wirf's nach hinten. Nach ganz hinten? Ja, dann kann ich's uptimen. Bro, dann kann ich's uptimen. Okay. Wir fangen jetzt mal. Mach keine Faxen. Hat nicht geklappt. So wenig boost. Hey. Ich bin halt dann nach vorne. Okay. Das war mal richtig wack. Bro, du darfst nicht nach vorne laufen. Ja, Bro. Ich war lost. Bro, warum springst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ey. Ja, noch weiter nach vorne. Bro. Ja, shit. So, jetzt muss ich dir helfen? Nee, ich kann einfach langlaufen. Doch, ja. Und jetzt? Ja, ja. Ja. Ja, dann helf dir selbst. Was war das? Erdo, bitte. Bro, in der Aufnahme willst du sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich hab nach links gezogen dann. Was? Oh, sag doch Bescheid. So, jetzt. Jetzt. So schlecht. Mich kritisieren so, weißt du? Ey, dafür kann ich nichts dazu, wie ich boost. Aber bei dir warst du selber schuld. Du springst einfach und so. Und jetzt. Oh Mann. Schleicht. Er ist da rechts gezogen. 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 Er war maximal wack. Du bist wack. Hä? Was ist denn das jetzt? Bro, bitte. Okay, wir schaffen das jetzt, okay? Der maximal wack. Aber trotzdem funktioniert, bro. 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 Du kannst nicht weiter. Ich hab selbst not gemacht. Du musst mich wieder zurückholen. Ich hab die zweite, ich hab die zweite Eisgranate so geworfen, dass ich nach hinten geschleudert worden bin, bro. Mann. Wir schaffen das. Guck mal, das war so. Junge, bitte lauf vor, bitte. Du bist damit abzüglich. Nein. Ich hab vorrennt. Bro, nein. Du bist schlecht. Du wack. Guck mal, jetzt musst du mal hier hochlaufen, weißt du. Komm mal, bitte. Hier ist kein Schiff. So, jetzt nochmal. Merkst du was? Da war eine unsichtbare Wand. Bro, dann sag doch, wie ich machen muss. Nee, ich muss dir sagen, wie du springen musst. Hä? Ja, mach mal. Guck einfach, wo ich immer stehe. Guck einfach, wo ich stehe. Damit du mal siehst, wie viel so ein Kachel ist. Okay, jetzt ist kritisch. Ja. Bro. Es ist schwer, okay. Ich seh nix. Ich sag, einen kleinen Sprung, er springt über das komplette Ding. Ich bin gut, du bist schlecht. Jetzt rechts rüber springen. Ey. Bro. Rechts rüber ins andere. Nach vorne. Rechts rüber schräg, meinst du? Ja. Dann sag es. Es ist selbstverständlich. Nein, es ist nicht. Mach Mitte. Rechts. Digga, wir. So, jetzt rechts schräg rüber. Ja. So. Dann links in die Mitte. Links in die Mitte. Jetzt rechts vor wieder. Rechts schräg springen. Hey, Bro. Du knallst an der Kante ab. Du musst doch sagen, wie ich springe. Was auch weit oder nicht, du Kek. Natürlich weit. What the fuck? Ja, musst du sagen. Bro. Bitte fuck mich nicht ab. Bro. Easy. Du wirst treten. Easy. Wow, wow, wow. Was ist das denn? Digga, rutschte auch so. Voll geil. Ja, ja. Oh shit, ich darf dich töten. Was ist das denn? Oh oh, Kringo ist sauer. Oh nein, hier sind böse Männer. Oh oh. Ähm. Oh, wir müssen uns beeilen. Fuck. Bro. Es ist mit... Oh mein Gott. Du musst dich beeilen, nicht ich. Ich werde es niemals schaffen, Bro. Bro, ich sag dir, wie es ist, du wirst sterben. Ja, du musst sie töten. Du musst ein paar Kuh machen und die töten, Bro. Ich sehe sie nicht. Okay, wo da? Hier, hier. Bro, du musst dich beeilen. Ja, ich beeile mich, ja. Oh, Kringo ist sauer. Schnell. Hier ist einer. Schnell. Hinter dir. Hinter dir. Hier vor mir, vor mir. Es geht viel zu schnell. Nein. Bro, du musst es alleine schaffen. Digga, die Zeit ist in unserem Podium. Das ist der Struggle. Da kommt so diese böse Wand, Digga. Okay, lauf noch nicht los, lauf noch nicht los. Chill, gut. Oh oh, Kringo ist sauer. Nein, 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 nein. Chill, chill, chill. Chill, chill. Nein. Ich bin runtergefallen, aber hast du es geschafft, Bro? Ja, ja, ich habe es. Okay, ja, dann rush ich jetzt kurz durch. Digga, dieser Struggle, Alter. Puh, Digga. Habe er richtig geil gemacht. Ist echt geil. Ah. Oh Mann, ja. Ah, okay. Oh. Okay. Hey. Verpiss dich da. Bro, rutsch. Du kannst doch mal in die Ecke werfen, den hier, Mann. Was machst du? Warum machst du den? Bro, ich weiß es nicht. Was machst du? Ich bin verwirrt. Bro, ich habe keine mehr, okay? Du musst. Du musst. Du musst. Es geht nicht. Es geht nicht. Bleib da. Digga. Ich springe auch, ne? Denk dran. Bro, es ist so schlimm. Komm, ein bisschen weiter nach vorne, es würde funktionieren, weißt du. Oh shit, ich habe fünf Stück. Komm, bist du? Warum wirst du einen? Digga. Wie kann man so scheiße sein? Nee, okay, Digga. Das hat wieder komplett alles so gefickt. Das hat alles gerade getoppt. Du bist so schlecht. Du bist eigentlich schlecht. Nee. Jetzt musst du mir helfen. Das muss ich machen. Bro, tritt ihn. Bro. Bro. Was war das denn? Oh, ich weiß was. Ich glaube, ich muss anziehen. Ich glaube, es gibt mehr. Ja, ja, du musst, du musst. Oh shit. Ah, boi, 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 boi. Warum? Warum? Weil, whoo. Okay, ich bin am Marsch. Ich bin am Marsch. Ich bin am Marsch. Oh, oh. Gringo ist sauer. Gringo ist sauer. Ich verstehe nicht, warum die anderen Schneemann einfach kaputt gehen. So, let's go. Weil man zu viele hat. Drei. Nice. Das ist eine Ehre, Mann, Alter. Wir haben es geschafft, Bro. Ich habe gewonnen. Bruder, check. Jawohl. GG. Boah. Das war eine geile Map, Alter. Das war eine richtig geile Map, Digga. Die war richtig geil, Mann. Die war. Bruder. Anders. Also, Freunde, falls ihr die Map auch spielen möchtet, dann könnt ihr den Code unten in der Videobeschreibung abchecken und dann hier an der Stelle soll es von uns gewesen sein. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst mir gerne mal einen Daumen. Da vergesst euch zu abonnieren. Die Glocke zu rechts. Wir werden dann...